Was ist das Schönste für mich am Priestertum? Das ist ganz interessant, weil ich unlängst bei einer Taufe von jemandem gefragt worden bin, was für mich sozusagen im Ranking höher steht, eine Taufe oder eine Hochzeit oder so. Und ich muss eigentlich sagen, für mich gehört das Schönste, gehört zum Schönsten natürlich immer, auch wenn ich das Sakrament der Beichte spenden kann. Das heißt, wenn jemand kommt, gerade jemand, der vielleicht schon viele Jahre oder Jahrzehnte nicht bei der Beichte war und dann eine ehrliche und gute Beichte ablegt, wo man wirklich spürt, dass der jetzt einen Neuanfang wagen möchte, dass der jetzt einen Schritt auf Gott hin ganz konkret gehen möchte, dass er auch etwas wie Umkehr vollzieht, dann ist das immer etwas Wunderbares. Und zwar wunderbar im eigentlichen Sinne des Wortes. Das ist etwas, was irgendwie immer ein Wunder ist, wenn man da dabei sein darf, wenn man da Zeuge sein darf und wenn man da mitwirken und mithelfen darf. Und da kommt dann immer das andere dazu. Für mich ist das Schöne immer, wenn ich merke, dass ich als Priester einem Menschen wirklich etwas mitgeben kann, wo sich etwas in ihm verändert, wo er eine Hilfe bekommt, wo er eben gerade auch im Glauben wachsen kann. Gerade bei jungen Menschen ist es wunderbar, wenn man das sehen kann, dass sich hier irgendwie etwas entwickelt, was dann hinführt wirklich zu einer Gottes- oder Christusbegegnung oder Erfahrung und Beziehung. Und wenn man so einem Menschen wirklich etwas mitgeben kann, was für sein ganzes Leben irgendwie ein neuer Aspekt, eine neue Perspektive, etwas Neues ist, was ihn trägt und hält und da irgendwo eine Rolle spielt oder verwendet wird, wenn man so sagen kann, dann ist das etwas ganz, ganz Wunderbares und Großartiges. Und natürlich, wenn einem das die Menschen dann auch sagen und mitteilen, dann freut man sich ganz klar. Vielen Dank. Vielen Dank.